Corona-Zeit. Perspektiven einer neuen Realität. Lockdown, eine verfehlte Impfpolitik und viele junge Menschen, die zu wenig gehört werden. Die Pandemie scheinen wir nicht in den Griff zu kriegen. Die Stimmung im Land kippt. Was machen junge Menschen in dieser Zeit? Wie fühlen sie sich und was macht es mit ihnen? Darüber sprechen wir in dieser Episode der Corona-Zeit. Herzlich willkommen. Ich bin Steffi und mein Gast heute ist Oliver Kretzdorn aus Marlberg in Baden-Württemberg. Hallo Olli. Hallihallo. Olli, wie geht's dir aktuell? Mir geht's sehr, sehr gut. Also ich bin relativ glücklich. Die Sonne ist endlich mal wieder rausgekommen. Also wenigstens etwas Positives gerade nach den ganzen Regentagen. Aber mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Ja, also mir geht's auch ganz gut. Vielen Dank der Nachfrage. Das Wetter ist nicht ganz so schön, aber mein Gott, hier im Norden sind wir das gewöhnt. Olli, du bist aus Baden-Württemberg, habe ich gerade eingangs schon gesagt. Es gab gerade eine Wahl. Du konntest noch nicht wählen, richtig? Nee, mit meinen knackigen 17 Jahren noch nicht. Also dadurch, dass ich erst im August 18 werde. Ich kann bei der Bundestagswahl oder werde auch da wählen dürfen. Hättest du gerne jetzt schon? Ja, auf alle Fälle. Wie bist du denn zufrieden oder nicht mit dem Ausgang der Wahl? Oh, das ist also mal so, mal so. Also dadurch, man merkt einfach, glaube ich, gerade bei den Wahlen, die jetzt auch noch anstehen werden oder bei der jetzt hier gerade in Baden-Württemberg, da ist nicht alles so im Reinen. Und da hat sich der ein oder andere Politiker vielleicht doch ein bisschen verschätzt und zu sehr in Sicherheit gewogen. Und wenn dann auf einmal so Sachen rauskommen wie irgendwelche Maskenaffären oder so, dann merkt man halt schon, das funktioniert nicht immer alles so super toll. Und ich glaube, das hat man jetzt gerade gemerkt wieder, also auch, wie die Wahlergebnisse sind, welche Parteien wir zugelegt haben, abgenommen. Aber das war ganz ehrlich fast schon vorhersehbar nach der ganzen Politik, die in den letzten Monaten gefahren wurde. Ja, ich habe ja mitgekriegt, dadurch, dass es ja auch viele Briefwahlstimmen gab, dass manche Leute sich jetzt auch geärgert haben, dass sie so früh schon gewählt haben, quasi vor der Maskenaffäre. Sonst wäre es, glaube ich, für die CDU noch dramatischer geworden. Das glaube ich auch. Also ich warte noch, bis die Ersten kommen und den gleichen Zug machen werden wie Trump vielleicht mit Briefwahl und die wollen das dann anzetteln. Wer weiß. Oder anzweifeln, meinst du also, dass die Wahl... Ja genau, und sagen, ob das überhaupt so alles ordentlich gelaufen ist. Ah ja, so sind sie halt. Dich hat es ja doppelt getroffen. Wir haben ja schon gesagt, du bist 17 Jahre alt, also gehörst zu den jungen Leuten, die jetzt auch so ein bisschen, gelinde gesagt, hinten wegkippen. Dann bist du ja auch noch Schauspieler. Und das heißt, auch da ist es jetzt in der Corona-Zeit nicht die Hochzeit. Wie geht es dir damit? Ja, also gemischte Gefühle. Also ich, sag mal so, die Corona-Zeit für mich, ich kann da ja nur von mir sprechen, hat mich auf alle Fälle in dem Fall getroffen, was privat, alles was so dem Thema Jugend angeht. Weil einfach viel einfach nicht mehr geht. Ist ja klar. Das hat getroffen auf alle Fälle. Aber wenn es um die Themen geht, um Schauspielerei, muss ich sagen, bin ich oder komme ich gerade aktuell noch recht glimpflich davon, dadurch, dass ich noch den Vorteil habe, noch zu Hause zu wohnen. Das heißt, ich bin auch nicht darauf angewiesen, irgendein regelmäßiges Einkommen zu bekommen. Trotzdem ist es aber natürlich so, dass Sachen wie Ausbildung, ohne jetzt direkt zu sagen, eine Schauspielschule, sondern auch Workshops, Seminare, sich mit Leuten treffen, Veranstaltungen, funktioniert einfach alles nicht. Alles, was so eigentlich ins Thema Ausbildung reingeht, funktioniert einfach nicht. Das heißt, Schauspielschulen nehmen jetzt auch nicht an? Oder wie, kannst du es ein bisschen näher erläutern? Die Schauspielschulen, also da kann ich jetzt nur von anderen Leuten sprechen, wie ich es mitbekommen habe, weil ich nicht in dem so drin bin, weil ich aktuell nicht auf der Suche bin von der Schauspielschule. Ich war letztens erst bei einer Stipendiumsprüfung von der Stage School in Hamburg und habe da aber auch Komplettes mitbekommen, was Corona da macht. Also sonst werden dort 30 Leute über ein Jahr lang eingeladen und wir waren am Ende nur 19. Ach krass. Das heißt, da gab es Menschen, die hätten, wäre Corona nicht gewesen, hätten eine Chance bekommen, ein Stipendium zu bekommen oder auf die Prüfung zu gehen. Corona hat aber nein gesagt. Und Schauspielschulen nehmen auf, aber sehr, sehr gering und vor allem mit Auflagen, wie sie halt jetzt gerade aktuell so sind. Also es ist ja da wieder Land zu Land unterschiedlich. Das heißt, das mit dem Stipendium, musstest du dann auch vor Ort sein oder läuft sowas gerade virtuell? Also macht man, bewirbt man sich um ein Stipendium über Zoom oder wie läuft das? Also ich hatte das Glück, nach Hamburg reisen zu dürfen und ich war schon mal echt glücklich, dieses Privileg zu haben. Du darfst reisen und ich habe auch von der Schule einen Zettel bekommen, in dem draufstehen, ich bin hier geschäftlich unterwegs, schulisch, ausbildungsmäßig. Das, falls, was weiß ich, irgendein Polizist kommt und sagt, was machen Sie hier, sind Sie touristisch, kann ich sagen, nein. Also ich war vor Ort dort, weil es einfach anders nicht geht. Also vor allem Musical ist, du hast Gesang, Schauspiel und Tanz. In diesen Fächern wirst du geprüft und über Zoom wird ein bisschen schwer. Ja, aber das hat auch wirklich, also muss man sagen, hat gut geklappt. So und ich habe es einfach gemacht, weil ich gesagt habe, mein Motto dieses Jahr ist eh einfach machen, soweit es geht. Und dahingehend auch, also ich hatte vorher auch gar keine Berührungspunkte mit dem Thema Musical. Es kam über einen Workshop im letzten Jahr Oktober. Da wurde ich dann eingeladen auf die Stipendiosprüfung. Die habe ich am Ende nicht bekommen. und jetzt kann ich sagen, oh, ich bin traurig oder so. Aber ich habe jetzt schon gemerkt, das hat ganz, ganz viele Vorteile, um ehrlich zu sein. An welcher Stelle kannst du da ein Beispiel? Weil ich, ja, weil ich, da wäre ich ja mindestens drei Jahre, wie die Ausbildung geht, fest in Hamburg gebunden. Ich finde Hamburg schön. Nichtsingen die Hamburger. Ich finde es auch schön. Aber, aber ich habe jetzt dadurch, dass ich in den letzten Wochen ganz viel auch, was Thema Social Media angeht, so viele Leute kennengelernt, mit denen ich auch irgendwann mal zusammenarbeiten will oder werde, die aber in Köln sitzen. Und der Großteil so meiner, meiner Leute, die ich kenne, kommen aus Köln und mich zieht es nach Köln. Ich liebe die Stadt und da ist mir auch aufgefallen, hätte ich dieses Stipendium bekommen, ich hätte es auf alle Fälle angenommen. Aber ich wäre auf alle Fälle für drei Jahre dort fest gebunden und hätte nichts anderes machen können. Und ja, also ich sehe das Ganze irgendwie dann relativ positiv, weil alles hat irgendwie einen Sinn. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass du quasi, als ich dich fragte, wie lange bist du denn schon Schauspieler, hast du gesagt, quasi von jeher, also von Kindesbein an. Wie bist du dazu gekommen? Das war schon, also ich bin jemand, der wirklich auch extrovertiert ist. Also das kann ich nicht verheimlichen. Ich glaube, das gehört dazu, oder? Auf alle Fälle, wobei es aber auch, und das glaubt man oft nicht, es gibt auch Schauspieler, die sehr, sehr introvertiert sind, die auf der Bühne oder vor der Kamera einfach nur so wirken. Aber ich bin wirklich durchgehend extrovertiert, also so kennt mich jeder. Und das hat so ein bisschen dazu auch geführt, dass ich schon im Kindergarten auf der Bühne stand und hab da beim, was war ich, ich war mal ein Frosch, beim Das kleine Ich bin Ich. Da geht es um so eine Raupe, die schaut, wer bin ich denn überhaupt? Also eigentlich schon sehr tiefgehend, wenn man so im Nachhinein drüber denkt, aber ich war ein Frosch und ich war glücklich und das war die erste Erinnerung, die ich so an die Schauspielerei hab und dann durch die Schulzeit auch, vor allem Schulzeit war viel dann Schultheater und Moderation, aber ich hab nie daran gedacht, das irgendwie zu meinem Beruf zu machen. Es macht Spaß, aber war noch viel zu lange so nach dem Motto, ja, du musst was ordentliches machen, machen, machen Brotberuf und. Das haben aber auch deine Eltern scheinbar nicht von dir verlangt, oder? Nee, also die, die haben wirklich, die sagen das immer noch so, meine Schwester ist jetzt gerade in der neunten Klasse und die ist, bei denen ist es genauso, sie sagen einfach, Hauptsache ihr seid glücklich. Ob ihr putzen geht oder einen Job in der Bank annehmt oder was auch immer, Hauptsache ihr seid glücklich und darauf kommt es an und alles andere ergibt sich dann. Und da war, also muss ich sagen, ich hab so ein bisschen Elternlotterie, würde ich mal sagen, gewonnen. Schön gesagt. Ja, also es ist wirklich so, weil ich viele andere kenne, bei denen ist es leider nicht so. Da wird dann gesagt, ja, du musst was ordentlich, was auch immer ordentlich ist, aber das, was wir uns vorstellen, was ordentlich ist, machen. Und ich war ja eigentlich auch auf dem Weg des Kochs, also wie mein Vater. Ach so, okay. Ja. Und was hat dich davon abgehalten? Davon abgehalten hat mich eigentlich erstmal gar nichts, weil ich schon komplett auf dem Weg war. Ich hätte auch schon eine Ausbildungsstelle, hab schon Erfahrung da gesammelt in dem Bereich. Und der Punkt, an dem ich gesagt habe, oh nee, das ist eigentlich doch nichts, war durch einen Workshop, der 2019 im August war. Das war so ein Einsteiger-Workshop, wie werde ich Schauspieler? Und da habe ich dann am Abend gemerkt, da ist doch mehr Leidenschaft, denn das macht Spaß und ich kann mir das mehr vorstellen. Und seitdem gehe ich den Weg des Nachwuchsschauspielers. Bist du denn mehr der Bühnendarsteller, also mehr Theater oder geht es auch Richtung Film und Fernsehen? Eindeutig würde ich mal sagen Film und Fernsehen, weil wir machen ja kein Geheimnis drum, die zahlen besser. Okay. Das ist natürlich auch so ein Ding, aber vor allem auch die Leute, mit denen man dort arbeitet. Also ich kann jetzt kein großes Fazit ziehen, weil ich halt nicht diese Theatererfahrung habe, wie es andere haben. Aber die Leute, die ich jetzt schon kennengelernt habe aus Film, Fernsehen, Werbung, die sind einfach so cool, dass ich gesagt habe, mit solchen Menschen möchte ich zusammenarbeiten. Natürlich, es gibt auch Leute, mit denen will man nicht zusammenarbeiten. Das gibt es überall, glaube ich. Ja, aber dahin zieht es mich auf alle Fälle so. Wobei ich auch echt gerne mal so Sachen in die Moderation, also live vor Ort irgendwas moderieren, weil ich das auch liebe. Also ich liebe es genauso, auf der Bühne zu stehen. Und das weiß ich noch, bei meiner Abschlussfeier in der Schule habe ich Moderation gemacht. Das war einfach cool. So Leute durch den Abend durchführen und so ein bisschen Entertainment. Aber ich liebe es genauso, vor der Kamera zu stehen. Weil ich will alles, was ich will, ist eigentlich nur spielen. Du hast auch, das mir im Vorfeld gesagt, dass du versuchst, auch Schauspieler dabei zu unterstützen, besser jetzt durch die Pandemie zu kommen. Wie machst du das? Das mache ich hauptsächlich online, also viel über Social Media Arbeit, die ich da betreibe. Also seit, ja ein bisschen vor der ganzen Pandemie-Geschichte, habe ich mich so ein bisschen mehr mit dem Thema Social Media auch auseinandergesetzt. Und habe gemerkt, da ist so viel Bedarf auch da von Leuten, die sich für diese Branche interessieren. Die aber nicht wissen, was da eigentlich abläuft. Weil wir viel zu selten sehen, was macht ein Schauspieler eigentlich den ganzen Tag, wenn er nicht vor der Kamera steht. Oder im Synchronstudio ist oder wo auch immer. Da es für mich schon immer so ein Ding ist, dass ich andere Menschen irgendwie inspirieren will, war das so ein Ding, wo ich gesagt habe, okay, dann mache ich das mal mit Leuten, die sich für die Schauspielerei interessieren und habe dann sozusagen mein erstes Suminar Anfang diesen Jahres, irgendwann im Januar war das, gemacht, indem ich mich mit, ich glaube, 37 Menschen oder so, die ich zusammengefunden habe irgendwie über Instagram. Ja, auf alle Fälle, also ich war auch geflasht von der Rückmeldung und wir haben uns dann wirklich getroffen auf Zoom und ich habe da mal so von dem erzählt, wie ich vorgegangen bin, Fragen beantwortet und was ich liebe, ist einfach mit anderen Leuten mich zu verbinden, connecten und das ist so ein super Weg. Also andere Leute inspirieren, was beibringen, die miteinander vernetzen. Man weiß ja nie, wer sitzt da gerade eigentlich in dem Zoom drin und was machen die in fünf Jahren. Und ja, das habe ich gemacht, also ohne einen Cent nur zu verlangen. Was erzählst du denen dann da so? Du willst sie ja unterstützen. Genau, also da geht es wirklich von den Basics, Datenbanken, welche Datenbanken gibt es überhaupt, was muss ich beachten. Als Schauspieler, damit mich die Caster überhaupt sehen, dann ging es auch viel darum, ums Thema E-Casting. Wie nehmen wir sowas auf, weil das immer noch gerade jetzt ein großes Thema ist, wo viele auch sehr verunsichert sind. Was muss man da überhaupt machen? Dann wie kommt man überhaupt so an Jobs oder wo findet man diese Leute überhaupt, die einem diese Jobs, diese Mysteriösen vergeben, diese Caster. Und habe da so ein bisschen, ja, mal ein bisschen erzählt, was man da so machen kann, was man nicht machen sollte. Und Social Media war dann, zuletzt habe ich mal ein Seminar dazu gemacht zum Thema Social Media als Schauspieler. Weil ich auch von Produzenten, Regisseuren und Castern jetzt schon zurück eine Rückmeldung bekommen habe. Hey, das ist schon wichtig und das sind auch nur Menschen, die schauen auch mal, gehen auch mal auf Instagram oder so. Und ja, also so ein bisschen diese Positionierung. Wo fange ich überhaupt an? Was gibt es überhaupt für Möglichkeiten? Wo mache ich meine Fotos? Was für Fotos sind wichtig? Und vermittel da so ein bisschen. Aber wenn wir zum Beispiel zum Thema Instagram kommen, was kannst du da machen? Also um was geht es da? Geht es darum, dass du wirklich dreimal am Tag da postest und was weiß ich, Selfies machst oder was machst du bei Instagram? Also wie kann man sich da quasi sichtbar machen für potenzielle Caster beispielsweise? Also auf alle Fälle nicht dreimal am Tag irgendein Selfie in den Feed posten. Ich meine, es gibt auch so Leute, die machen sowas. Bin ich jetzt nicht so überzeugt davon. Nee, also worum es mir immer geht, ist einfach Spaß haben bei der Sache, die man macht. Und nicht aus dem Ding heraus, ich muss es jetzt machen. Sondern einfach, weil du irgendwie brauchst dir immer eine Message, die du rüberbringen willst, finde ich. Und Instagram ist da super, um mit anderen Leuten dich zu vernetzen. Also da habe ich so viele Leute kennengelernt, die ich auch jetzt dann schon, sobald Corona mal abhaut, die ich auch mal besuchen will. Ich habe mir jetzt eine Deutschlandkarte geholt und da habe ich mir alle aufgepinnt. Und einfach diese Sichtbarkeit so, dass es Spaß macht und gleichzeitig aber auch noch die Professionalität verbindet. Also was postet man überhaupt und was kann man überhaupt machen? Ich sehe es einfach, dass wir Instagram als Social Media auch mehr Social nutzen. Nicht nur immer dieses zugeballere, weil das fehlt immer mehr. Wir ballern einfach nur irgendwelche Bilder raus, zeigen, was wir gerade essen. Aber keiner erzählt mir, was er jetzt gerade überhaupt macht. Und wir Schauspieler haben halt immer noch so dieses, ja, diesen Anhängsel, ja, ihr steht doch die ganze Zeit nur vor der Kamera und lernt ein bisschen Text auswendig. Und da ist mal wirklich so ein bisschen zu zeigen. Da geht es nicht um die Caster, weil die können kommen, die können sich das anschauen. Kommen die denn über Instagram oder kommen die eher über andere Kanäle? Hauptsächlich kommen sie noch über andere Kanäle, also schreiben dich dann über E-Mail oder so an. Aber man sieht es ja dann selber, wenn man in den Storys schaut oder Beiträgen, dass da der eine oder andere Caster sich das auch mal genauer anschaut. Und da geht es wirklich nur darum, Sichtbarkeit und es ist wie ein About-Me-Video, wie ein Vorstellungsvideo, was eigentlich das Aktuellste ist. So eine Visitenkarte, eine Online-Visitenkarte. Und ja, Hauptsache du hast Spaß und dann kannst du sowas machen wie die Reels, die jetzt gerade sehr, sehr beliebt sind, weil du damit so viele Sachen auch verbindest. Also vor allem wir Schauspieler, wir müssen lernen, vor der Kamera zu sprechen, decke ich damit komplett ab, wenn ich meine Sketche dort mache. Oder ein E-Casting. Ein Ablauf von einem E-Casting ist sehr, sehr, sehr ähnlich zu einem Ablauf, wie wenn ich jetzt einen Reel, so einen kleinen Sketch aufnehme. Da bleibst du einfach stetig im Training. Wie oft machst du das? Also ich bin jetzt gerade wieder so ein bisschen am Vorproduzieren von den ganzen Sketchen. Aber das dauert nicht lange. Das heißt, ich mache einmal, einmal in der Woche nehme ich mir so einen Tag raus und dann drehe ich. Ich glaube, alle drei Tage auf Instagram haue ich da ein Reel raus. Und genau, das ist das, was ich mache. Aber ich bin auch gerade aktiv. Jetzt gerade, was mich so schauspieltechnisch abgeht, ist ja nicht viel. Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Das ist, gerade ist jetzt wirklich alles noch ein bisschen tot. Also ich merke aber so die Werbung, vor allem die Werbung geht jetzt langsam wieder mehr los mit Produktion. Aber du hast schon klassisch eine Agentur auch im Rücken, ne? Ja, also ich habe das Glück, eine Agentur zu haben, relativ schnell bekommen zu haben. Aber da mache ich, die habe ich. Und war mir aber auch schon von Anfang an klar, die habe ich. Und trotzdem muss ich mein Zeug noch machen. Also die übernimmt nicht alles für dich? Nee. Oh, das wäre schön. Nee, das wäre nicht schön. Weil ich will ja selber noch, der größte Teil, 80 Prozent liegt immer noch an dir. Die Agentur hast du einfach, die vertritt dich bei Sachen rund ums Thema Vertrag, schlägt. Die haben natürlich auch ihre Kontakte, kann man ja auch sagen. Eben. Also die helfen einem doch auch eigentlich reinzukommen, ne? Und Castings an Land zu ziehen, solche Sachen. Genau, die haben halt nochmal die spezielleren Kontakte. So die jetzt nicht von den Ausschreibungen, die nicht öffentlich sind, sondern einfach, die einfach nur die haben. Oder interne Sachen, die dann rumgegeben werden, die man gar nicht öffentlich so als Ausschreibung sieht. Das macht auf alle Fälle Sinn, eine Agentur zu haben. Aber der größte Teil liegt immer noch an dir selber, wo es heißt, Caster-Mails schreiben, sich da vorzustellen. Also die Selbstvermarktung sozusagen. Ja. Die liegt schon noch in deiner Hand. Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger Teil. Kommen wir nochmal auf deine Jugend zu sprechen. Kannst du verstehen, dass man sich zum Beispiel entschieden hat, erstmal betagten, gefährdeten Menschen eine Impfung zu geben? Also ich meine, die Impfung ist ja quasi die Exit-Strategie aus der Pandemie, das gesellschaftliche Leben wieder hochzufahren, am Ende des Tages auch wieder normal arbeiten zu können, Kinos zu öffnen, Theater, tangiert dich direkt und indirekt sowohl als auch als Konsument, als auch als quasi Player, gerade in der Unterhaltungsbranche, sage ich mal. Kannst du das verstehen oder hättest du die Impfstrategie vielleicht anders gemacht? Ja, ich bin, das ist das Ding, ich bin ja kein, kein Virologe oder kein Impf-Ars, aber... Du hast ja trotzdem eine Meinung. Ja, und das ist so, jeder hat ja zu jedem Thema auf alle Fälle eine Meinung, kann ja keiner sagen, er hätte keine. Es macht schon Sinn, würde ich sagen, also ich verstehe das schon, dass man sagt, erstmal die Leute, jetzt nicht vom Alter, nicht vom Alter abhängig machen, nur weil Tante Ingrid 80 ist, wird die vorgelassen, sondern mal die Leute, die gefährdet sind aufgrund von irgendwelchen Vorerkrankungen. Ja, aber so ist es ja im Moment, also tatsächlich geht es ja um Tante Ingrid ungeachtet von Vorbeerkrankungen. Also bitte, Tante Ingrid soll bitte gesund sein, aber wenn die eine Vorerkrankung hat, dass die vorgezogen wird und da gibt es immer wieder, was man ja auch hört, Leute, die sich da einschleusen, die das hinkriegen, sich vorzudrängeln, wo ich sage, hey, sag mal, es gibt schon so einen groben Plan, der ist nicht perfekt, das ist ja auch jedem klar. Aber dann hat sich auch jeder dran zu halten. Dadurch, dass bis ich überhaupt erstmal an diese Stelle komme, geimpft, dass ich mich entscheiden kann, habe ich noch so lange Zeit. Naja, und nun hat ja jetzt das Bundesgesundheitsministerium Impfung mit AstraZeneca gerade ausgesetzt. Das bedeutet, dass alles noch länger dauert, bis wir sowas wie eine Art Normalität erreichen. Du bist wahrscheinlich ohnehin einer der letzten in der impfreien Folge und ich sage mal, das verschiebt sich dadurch jetzt gegebenenfalls noch mehr. Und als die Pandemie losging, warst du 16. Da ist ja jetzt schon ein Stück, äh ja gut, ne? Ist ja jetzt genau ein Jahr, wenn du jetzt 17 bist, dann mutmaßlich, dass du letztes Jahr 16 warst. Corona hat jetzt auch vor ein paar Tagen, glaube ich, ein einjähriges gefeiert. Ja, ja, genau, richtig. Also zumindest der Lockdown, ne? Corona ist ja schon seit Januar in China unterwegs gewesen und kam schleichend hierher. Ich weiß gar nicht, wann der erste deutsche, ich glaube, das war auch Ende Januar, oder? Ja, ich weiß gar nicht, dieser Webasto-Mitarbeiter, genau, in Starnberg. Ja, und der erste Lockdown war halt vor einem Monat. Und mein Gott, du bist so ein junger Mensch. Ich frage mich halt, wie fühlt man sich in so einer Situation, wo man warten muss, aushalten muss, wo man gebeten wird, zurückzustecken, einfach für das große Ganze? Ja, also ich unterhalte mich natürlich auch mit meinen Freunden darüber und jeder hat da so seine eigene Meinung und das ja auch super ist. Ich persönlich sage einfach, wir fühlen uns, also da sind wir eigentlich alle uns einig, ein bisschen so vergessen. Oh, das ist wie, man guckt auf die Straße und sagt, ah, da sind ja noch die junge Generation, die haben wir komplett vergessen, mitzunehmen. Aber dieses Warten an sich war auf alle Fälle lange Zeit so okay, weil wir gedacht haben, okay, wir alle haben doch gedacht, als das Ganze angefangen hat von, ja, es geht jetzt vier, fünf Wochen, dann ist es wieder fertig. Genau. Im Sommer dachten alle, wir sind durch. Genau, wir haben gedacht, oh, jetzt, ja, das schaffen wir und das ist ja schon bald vorbei. Und jetzt kristallisiert sich so ein bisschen raus, das wird uns ja noch ein bisschen begleiten. Ja, ich schaue dann so in die Zukunft und denke mir, ja, wo ist denn hier das Ende? Und wenn ich kein Ende sehe, dann weiß ich ja nicht, auf was warte ich jetzt gerade? Ja, ich schaue dann. Das ist eine große Vorbereitung und er versteht es immer noch nicht. Wir sehen es wieder, Digitalisierung, aber, oh Gott, da kann, egal ob Schüler oder nicht Schüler, da regt sich, glaube ich, jeder auf. Ja, es ist wirklich so dieses, ja, die Jugendlichen, naja, die schaffen das schon. Die sind doch in ihrem Internet drin, da sind die schon abgelenkt genug. Und das ist so ein Ding. Ja, aber gut, was du jetzt von deinem Freund da erzählst, der ist in der Schule, was heißt Ablenkung? Also, er soll sich ja nicht ablenken, er soll was lernen, aber scheinbar ist es ja auch nicht möglich. Also, wenn alle Schüler durchkämen durch Fernunterricht etc. oder durch Selbstlernen, dann bräuchten wir die Schulen ja auch nicht mehr. Also, es hat ja irgendwie alles seine Berechtigung und es ist keine Kompensation, ne? Auf alle Fälle. Und vor allem, was ich jetzt erst letztens gesehen habe, so, das war mir nie so bewusst, aber was für eine Macht die Lehrer auch haben, wenn es darum geht, Probleme bei Kindern zu erkennen, die nichts mit dem Lernen zu tun haben, sondern Sachen sind zu Hause, die vorfallen. Sondern es sind Lehrer einfach oft die erste Anlaufstelle, wenn man, wenn es irgendwo hakt und das fällt komplett weg. Also, auch das Thema rund um häusliche Gewalt, die bei Kindern, wie bei anderen natürlich auch, aber jetzt haben wir bei der Jugend, extrem angestiegen ist, weil man einfach keinen Zulauf mehr hat, weil alles immer nur zu Hause ist. Und ich kann über Zoom geht es einfach schlecht, dass ich mich mit einem Lehrer darüber austausche. Und das ist wie dieses Thema vergessen. Und das Internet regelt nicht alles. Und im Internet können sich Sachen wie rund ums Thema Depression, was unsere Generation gerade extrem betrifft, einfach viel, viel stärker ausbreiten, weil wir immer so in unserer Bubble sind. Und wir sind zu Hause und wir sehen da irgendwie auch oft keinen Ausweg. Also, ich sehe immer mal wieder, dann gucke ich die, also ich habe wirklich den Nachrichtenkonsum eingeschränkt, weil ich gemerkt habe, das stresst eigentlich nur. Und das bringt jetzt auch nichts. Und dann hört man wieder von irgendwelchen Impfstrategien oder sonstigen Lösungen. Und dann kommt ein Korruptionsskandal wieder raus. Und dann ist dieses Vertrauen wieder sehr schnell weg von wegen, ja, wir schaffen das schon. Wie viel Vertrauen hast du denn in die Politik? Also, sagen wir mal, so in die Kommunalpolitik mehr als in die große, ganze Bundespolitik. Also, das, was man noch so regeln kann auf kommunaler Ebene, finde ich, läuft relativ gut, also bei uns. Was von deinem Kreis ist das? Ortenau-Kreis, Preisgau und Preisgau-Hochschwarz, weil die arbeiten ja alle sehr eng zusammen. Also, Ortenau ist ja so mittelschwarz halt, ne? Von der Höhe her ungefähr. Genau. Und da funktioniert es relativ gut, was ich jetzt so mitbekomme. Aber das große Ganze, alles, was dann zusammenspielt, ist einfach so ein bisschen Chaos. Also, da hast du keinen Durchblick mehr, finde ich. Du weißt nicht mehr, wer macht was, wem kann man noch vertrauen oder wo gehen jetzt welche Gelder für welche Masken hin. Warum wird ein Luftfahrtunternehmen mehr bezuschusst als Schulen? Lufthansa war es, glaube ich, mit neun Milliarden, die da Geld bekommen haben. TUI hat auch Geld gekriegt. Genau. Die alle kriegen sein Geld und die Schule, so, da ist nix. Hat immer noch kein stabiles Internet. Genau. Also, ich bin ja wirklich froh, dass jetzt hier alle Aufnahmen und alle Meetings, die ich so habe, dass die halbwegs gut laufen. Aber sobald ich es auch merke, ich kriege es von meiner Schwester mit. Wie alt ist sie? Die ist 15 und in der neunten Klasse, Realschule. Und die steckt es gut weg, also habe ich das Gefühl. Aber da sind so viele Probleme, die dann aufkommen. Und zuletzt erst kommt sie zu mir und sagt, hey, Olli, kannst du mir da helfen? Und da, wir haben jetzt das Thema Parabeln und ich habe meinen Abschluss mit einer Vier in Mathe gemacht. War mein Ziel, habe ich erreicht, bin glücklich. Und genau dieses Thema war eins und es war wirklich so, ich habe das in meiner Prüfung gesehen, Parabeln, und habe das übersprungen. Habe es nicht gemacht, weil ich es nicht verstehe. Und dann bist du da und deine Schwester schaut dich an und du sagst dir, du, lache ich nicht. Habe ich übersprungen? Also, weil ich es auch nie verstanden habe, weil es schon ohne Homeschooling nicht geklappt hat. Aber die ist einfach auch Gott sei Dank relativ gut in der Schule. Aber ich sehe es dann bei anderen von ihren Mitschülern und Mitschülerinnen, die einfach komplett vernachlässigt sind, weil es nicht funktioniert vom Internet. Bei der Schule ist es sehr, sehr gut geregelt, muss ich sagen, was die Leihlaptops oder wie man das nennt, Leihgeräte angeht, dass die Schüler sich da melden konnten. Aber das Internet ist halt dann trotzdem immer noch so ein Ding. Nützt dir auch nichts, ne? Wenn du einen Laptop hast und kommst nicht ins Netz rein oder Schulserver stürzen ab, hat man auch immer wieder, dass man sich da nicht einwählen kann und so wegen Überlastung. Wenn du die Möglichkeit hättest, beispielsweise mit Frau Merkel oder Herrn Spahn zu sprechen, was würdest du denen sagen? Oh, oh, gute Frage. Was würde ich denen sagen? Ich würde denen gar nichts sagen. Ich würde sie mal einen Tag mitnehmen in den Online-Unterricht oder in einem Tag oder, nee, machen wir eine Woche. Ich würde sagen, ich würde sie einladen, gehen sie mal mit uns eine Woche lang mit und sehen sie mal, wie es eigentlich so im Durchschnitt alles läuft. Weil ich kann, man kann viel sagen, aber das sind am Ende ja auch diejenigen, die einfach nur vorne in der Presse stehen und was sagen. Im Hintergrund ist ja dieser ganze Mechanismus. Und die haben natürlich eine gewisse Macht, auch dahingehend Sachen zu bestimmen. Aber ich glaube, mit ein oder zwei Personen allein bringt es nichts. Da kommen wir wieder aufs Thema Lobbyismus. Da muss ich wahrscheinlich woanders anfangen. Ja, aber würdest du sagen, die jungen Leute haben keine Lobby? Die haben gar nichts. Also es gibt, ich wüsste nichts, was auf der Ebene eine Lobby wäre. Also in einer kleinen Kommune wäre es ja dann die Schülersprecher. Und die in Baden-Württemberg ist es auf alle Fälle so. Ich weiß nicht, ob das in jedem Bundesland sowas gibt. Es gibt die SV, das ist ja dann so der Verbund von den Schülern, die zusammen Probleme besprechen. Das geben die dann weiter und die Schule gibt es an die Stadt weiter, die Stadt an den Landkreis. Was mal mehr, mal weniger klappt. Aber sonst, aufs große Ganze, hat die Schule einfach keine Lobby. Über Schule hinaus, ich meine, du bist ja schon durch mit der Schule. Aber du bist ja trotzdem. Du bist 17, du bist massiv betroffen. Einfach aufgrund auch der aktuellen Situation, ein 17-Jähriger möchte eigentlich nicht zu Hause hocken und vom Computer mit seinen Freunden zoomen, sondern will sie sehen, er will weggehen, er will mal in die Kneipe oder in einen Club oder so. Also das betrifft ja nicht nur das Bildungswesen sozusagen, sondern auch wirklich, mein Gott, ein Jugendlicher will ein Jugendlicher sein. Und Sachen machen, die 16, 17-Jährige machen. Ja, das ist auch so ein Ding. Und ich möchte mich mit Freunden, man kann sich ja dann mit einem Haushalt treffen, aber das bildet ja nicht meinen Freundeskreis ab. Ich will diesen Haufen komplett alle zusammen haben und wir gehen jetzt, was weiß ich, in irgendeine Dorfdiskothek oder so rein. Und das ist ja alles, was einfach gerade nicht funktioniert. Die Technik hilft nur kurzweilig aus und dass man sich über Zoom trifft oder über so Houseparty, diese App, dann kann man auch darüber spielen. Aber das ersetzt nicht den Kontakt, den du hast, wenn du dich mit jemandem triffst, auf alle Fälle. Zum Schluss, letzte Frage, wenn der ganze Spuk mal vorbei ist, ja, also wir wissen ja nicht, wann das ist, aber was wäre das Erste, was du machen würdest, wenn du frei entscheiden könntest, was du jetzt machst und mit wem du es machst? Mit meiner kompletten Freundesgruppe einmal in den Club gehen und von Öffnung bis Schließung drinbleiben und einfach nur tanzen und abgehen. Also wir treffen uns immer über Zoom dann oder halt über, wie heißt es, Hausparty und dann reden wir immer davon, wenn irgendwann alles wieder normal ist, was auch immer normal ist, aber wenn alles wieder so läuft, wie wir es kennen, dann geht es direkt in den Club. Ich weiß auch nicht warum, weil das ist einfach so, das ist irgendwie symbolisch für unsere Jugendzeit eigentlich, da sind viele witzige Sachen entstanden und das wäre so eine Sache, aber auch Reisen. Also ich habe jetzt, wie ich schon gesagt habe, diese Deutschlandkarte da und habe da mal geschaut, wen kenne ich alles und wo sind die Personen und mir ist aufgefallen, ich kenne ja voll viele Leute in Hamburg, das war mir gar nicht so bewusst, ich muss auf alle Fälle nochmal nach Hamburg. Und sobald alles wieder normal läuft und man kann reisen und sich mit mehreren Leuten treffen, dann ist es auch so ein Ding, eine Deutschlandtour, so eine kleine machen und die ganzen Leute mal kennenlernen, die man vielleicht nur online kenne. Ich kenne so viele Leute nur vom Sprechen oder über Zoom, deren digitalen Gesichter darauf, das ist sowas, was ich sofort machen würde, da freue ich mich schon drauf. Deswegen bleibe ich auch so optimistisch. Wunderbar. Lieber Olli, ich sage vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns Einblicke in dein Leben gegeben hast und ich wünsche dir alles Gute und natürlich bleib gesund. Vielen, vielen Dank. Hat mich gefreut. Ja, und wenn auch ihr mal bei der Corona-Zeit mitmachen wollt, dann meldet euch unter post.coronazeit.de und dann zeichnen wir eine Folge mit euch auf. Das war Corona-Zeit, ein Podcast der Euphonica Audio-Produktion. Wir produzieren Corporate Podcasts für Ihr Unternehmen. Wenn auch Sie einen Podcast starten möchten, besuchen Sie unsere Website www.euphonica.de. Wir beraten Sie gern. Das war Corona-Zeit, ein Podcast.